Hoffentlich haben die mich nicht bemerkt. Bloß weg hier. Hey, hier geblieben. Du entkommst uns nicht. Wie? Gib das Paddel her. Du bleibst hier. Hey Leute, was steht denn bei euch heute denn so an? Ach, wir bringen Jeff, dem Tierfilmer, das Kanu vorbei. Ah, okay. Aber so schnell es geht bitte. Wir sind heute etwas unterbesetzt. Wird gemacht. Na gut, dann sollten wir aber auch endlich mal das Kanu verladen, sonst kommen wir heute nicht mehr an. Na gut, na dann wollen wir zuerst mal die Paddel reinräumen, nicht? Okay, und jetzt nur noch das Kanu und... Oh Gott, ist das schwer. Okay. Alles klar, kann losgehen. Alle einsteigen bitte. Und ab dafür. Wozu braucht Jeff das Kanu eigentlich? Will er damit zu den Bibern, die er gerade filmt? Nein, nein, mit denen ist er schon fertig. Jetzt sind, glaube ich, die Otter an der Reihe. Ah, ich sehe ihn schon. Hey Leute, pünktlich wie die Maurer. Hallo Jeff. Na, wie geht's dir? Danke, gut. Vielen Dank, dass ihr mir das Kanu ausleit. Ach, keine Ursache. Du hattest ja schon vor Wochen beantragt. Ja, wie willst du denn sonst so Otterinsel kommen, nicht wahr? So, hier ist das Kanu. Und Proviant haben wir dir auch noch mitgebracht. Ey, super. Vielen, vielen Dank, Leute. Na, wir wollen ja nicht, dass du verhungerst. Haha, ja, das würde ich sogar bestimmt, weil ich nur ans Film denke. Na gut, Jeff. Wir müssen dann auch schon wieder los. Das Hauptkortier ist etwas unterbesetzt. Na klar, kein Problem. Vielen Dank nochmal. Auf mich warten die Otter. Na dann, bis bald, Jeff. Ja, und viel Erfolg bei deinen Ottern. Haha. Na gut, dann will ich auch keine Zeit mehr vertrödeln und ab zur Otterinsel fahren. Das wären bestimmt fantastische Bilder. Hey Manni, guck mal, da sind die Otter. Komm, die schnappen wir uns. Die sind bestimmt ein Vermögen wert. Haha. Putt, 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 putt. Komm her, ich tue euch nichts. Kommt mal her. Und, komm her. Zack, hab ich euch. Hahaha. Hol die Kiste, Manni. Willst du da, Chef? Oh Gott. Ach du, heiliges Kanonenrohr. Die fangen die Otter. Ich muss doch schnell den Rangers sagen. Beeilung. Ah. Hä, was war das denn? Hast du was gehört? Warte mal, ich seh mal nach. Oh, oje, oje. Hoffentlich haben die mich nicht bemerkt. Bloß weg hier. Hey, hier geblieben. Gut, kommst du mir nicht. Wie, was? Gib das Paddel her. Das Paddel her, sag ich. Nein, lass los. Ah. Noch mal Glück gehabt. Mist. Der ist weg. Er ist hinkommen. Aber dafür ohne die Paddel. Naja, dann kann er gar nicht weit kommen, oder? Los, steig ein. Ja, wir haben ein Motorboot. Motorboot. Super Timing, Leute. Es gibt einen Notfall. Wie, was? Notfall? Gerade gab es einen Funkspruch von Jeff, aber hört euch das besser selber an. Ranger, auf der Otterinsel treiben sich Wildere rum. Sie haben mich fast erwischt, doch nun sind sich ohne Paddel im Kanu. Ich sollte gleich an euch vorbeitreiben. Oh, Jimmy, nee. Seht doch, da kommt er, oder? Wie? Tatsächlich, ich glaube, das ist er. Ich habe eine Idee. Mit dem Haken vom Jeep können wir ihn quasi angeln. Hilfe, Hilfe. Und eins, und zwei, und drei. Treffer. Hilfe. Wow. Ui. Puh, danke. Ohne euch wäre ich verloren gewesen. Schaut doch, da kommt noch ein Boot. Was? Ah, das sind die Wilderer. Wir müssen etwas unternehmen. Sie haben die Otter. Schnell, Leute. Ja, dann angeln wir die eben auch noch, oder? Und eins, und zwei, und drei. Treffer. Hä, was ist das denn? Na, da hast du aber einen Fang gemacht, Bill. Ach, verdammt. Aha, gekonnt ist eben gekonnt. Und jetzt müssen wir nur noch die Otter befreien. Da haben sie noch mal Glück gehabt. Kommt raus, meine Süßen. So, nur noch ein paar Nägel und die Brücke ist wieder in Topform. Zack. Hier noch ein bisschen. Jawoll. Okidoki, dann geht's jetzt wieder nach oben und weiter mit den Tagesaufgaben. Aber erstmal hier diesen Hammer weg. So, da bin ich wieder. Brücke ist heil. Gut, dass du da bist, Martin. Ich habe dir was Wichtiges zu erzählen. Na ja, was gibt's denn, Frau Scheffin? Das hier ist ein neuer Praktikant. Er heißt Mike. Er möchte Ranger werden und macht diese Woche ein Schnupperpraktikum bei uns. Hey Mike, freut mich. Okay, und was ist jetzt meine Aufgabe? Na ja, du wirst ihn einweisen. Erzähl ihm, was er so macht, worauf man achten muss und wie wir uns auf alles vorbereiten. Geht klar, Scheffin. Alles klar. Dann gehe ich jetzt Vorbereitung treffen. Wir gehen nämlich nachher auf Exkursion. So, so, Mike. Ein Schnupperpraktikum also. Du willst also auch Tiere schützen und die Natur erhalten? Ähm, ja, 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 klar. Tiere schützen und sowas. Ja, ja. Was sind denn deine Lieblingstiere? Ja, äh, ich mag eigentlich alle, aber ich sag mal so, die seltensten, die haben es mir eigentlich angetan. Selten? Du meinst wohl die bedrohten Tierarten? Äh, ja, 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 die bedrohtesten, genau. Sag mal, was sind denn hier die seltensten, äh, die bedrohtesten Tierarten hier im Park? Hm, lass mich mal überlegen. Es müssten, glaube ich, hier die Silbergänse sein und auch die Waschbären. Ja, ja. Ah, ja, das ist aber interessant. Und wo kann man die hier so finden? Ach, die sind hier ein Stück südlich, ein Stück weg vom Haugquartier. Die halten sich meist am See auf. Aha, höchst interessant. Und kommen wir da vielleicht demnächst mal hin? Ich werde mir die echt gerne anschauen. Haha, das glaube ich gern, aber nein. Wir waren erst gestern da und werden für den Rest der Woche nicht mehr hinkommen. Wir wollen die Tiere ja auch nicht stören. Ja, ja, natürlich, wir wollen die nicht stören. Nein, 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 nein. Okay, alles klar, Mike. So, dann pack mal deine Sachen. Wir gehen nämlich nachher auf Expedition. Hä, was denn für eine Expedition? Wir untersuchen die Population der Otter, die sich im Laufe des letzten Jahres extrem vermehrt haben. Das heißt also, wir kommen überhaupt nicht in die Gegend der Silber, Gänse und Waschbären? Nein, absolut nicht. Und jetzt beeil dich bitte, wir müssen los. Ich komme gleich nach, ich muss noch mal kurz auf die Toilette. Hm, hier ist keiner, da ist keiner. Okay, die Luft ist rein, da werde ich die Chance mal nutzen. Brieftaube an Falke, Brieftaube an Falke, bitte melden. Hier ist Falke, was hast du zu berichten, Brieftaube? Ich habe die nötigen Informationen. Südlich vom Hauptquartier, am Seegebiet, sollen sich die Silbergänse und die Waschbären niedergelassen haben. Die sind besonders selten und wertvoll. Ah ja, sehr interessant, okay, aber wie sieht es mit den Rangers aus? Das ist kein Problem, die Ranger werden diese Woche nicht mehr in das Gebiet gehen. Sie sind irgendwo, was weiß ich wo, mit der Population von irgendwelchen Ottern beschäftigt, stinklangweilig. Haha, zum Glück machst du den Job mit, Grünschnabel. Okay, alles klar, wir werden uns diese Tiere schnappen. Halt uns auf dem Laufenden und versuch die Ranger so lang wie möglich fernzuhalten. Haha, du hast gehört, ab in den Wagen. Okay, stopp, stopp, stopp. Hier ist das Gebiet, von dem Mike erzählt hat. Oh, schau nur, da sind sie schon. Silbergänse. Und Waschbären. Okay, pass auf, wir beeilen uns. Du holst die Kiste, ich fange sie mit dem Netz. Alles klar, ich hol die Kiste. Und nun zu euch. Putt, 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 putt. Okay, ganz ruhig. Papa will euch nichts tun. Ganz ruhig. Und eins, zwei, drei. Oh Mist, eine ist abgehauen. Ah egal, wir kommen ja nochmal wieder. Jetzt erst mal zu dir. Los, ich hab eine. Wo bleibst du mit der Kiste? Ja, ja, die ist nicht so leicht. Äh, ich komme. Okay. Schwachkopf, mach den Deckel zu, so und haut das Vieh wieder ab. Ah, stimmt. Okay, erledigt. Meinst du, den Rangers ist aufgefallen, dass wir ihre Kiste geklaut haben? Ach, Quatsch, die sind viel zu dämlich. Ich schnapp mir noch den Waschbären. Eins, zwei, drei. Haha, Treffer. Du hörst mir. Hier, schau her, da hab ich das Ding. Yeah, ist ja eine super Ausbeute für den ersten Tag. Ja, oder? Jetzt mach den Deckel auf. Ich will mich, dass das Vieh mich beißt und ich noch die Teuburg kriege. Na, dann wollen wir die gleich mal verfrachten. Alles klar, jeder einen Griff und los geht's. Äh, 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 äh. Okay, anheben und los. Saubere Arbeit. Na, lass uns hier abhauen. Ach, was für ein herrlicher Tag, um hier ein Picknick an der Lichtung zu machen. Hä? Was willst du hier, Mann? Hä? Na, die Frage ist doch, was machen die Herrschaften denn hier? Das ist doch geschütztes Gebiet. Oder sind sie im Auftrag der Ranger unterwegs? Äh, ja, ja, genau. Wir sind im Auftrag der Ranger unterwegs. Steht ja auf der Kiste da auch drauf. Ah, okay, ich verstehe. Kann ich ihnen vielleicht bei irgendetwas helfen? Beim Verladen oder so? Nein, 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 wir sind schon fertig geworden. Machen Sie sich keine Umstände. Darf ich fragen, was sie denn überhaupt transportieren? Äh, Futter. Also Tierfutter oder so. Was glauben Sie denn? Ähm, naja, weil ich da eine Gans oder einen Waschbennen aus der Kiste gucken sehe. Mau, mau, mau. Ach so, das, äh, das sind, äh, verletzte Tiere. Wir nehmen die Mitte und päppeln sie auf. Aber wo ist denn dann ihre Arzttasche? Äh, die ist im Wagen. Wir sind gerade fertig. Alfred, los, mach die Klappe zu. Ja, wird gemacht. Okay, der Herr, es war sehr nett mit denen, aber wir müssen jetzt los. Wir haben noch viel zu tun. Alfred, los, einsteigen. Ranger, hm? Haha, dann wenn das Ranger waren, dann fresse ich aber meinen Hut. Ich werde mal lieber den echten Rangers Bescheid geben. Hallo, Ranger Station. Was kann ich für Sie tun? Ja, hallo. Hier ist Paul, der Wanderer. Ich habe soeben zwei verdächtige Personen gesehen, die sich als Ranger ausgegeben haben. Ich befinde mich hier im südlichen Seegebiet und wollte mich erkundigen, ob das wirklich ihre Leute sind. Äh, nein, das kann überhaupt nicht sein. Unsere Leute sind heute am Otterweier. Aha, habe ich mir doch gedacht. Dann sollten Sie mal schnell gucken, ob Sie die noch erwischen. Ich glaube, die beiden haben gebildert. In ihrer Kiste habe ich einen Waschbären und eine Silbergans gesehen. Äh, was? Von den seltensten Tieren? Das gibt's ja nicht. Vielen Dank fürs Bescheid sagen. Wir machen uns sofort auf den Weg. Aha, okay. Ich habe hier 13 Otter gezählt. Das sind schon mal zwei mehr als letztes Jahr. Äh, das ist ja total interessant. Martin, Martin, Martin! Na du, Frau Scheffin, was ist denn los? Warum haben Sie aufgeregt? Martin, du glaubst es nicht. Soeben kam ein Notruf rein. Irgendwelche Wilderer haben anscheinend unsere Silbergänse und Waschbären gewildert. Was? Oh mein Gott, die müssen wir sofort einfangen. Die Tiere sind gefährdet. Sehe ich auch so. Los, ab sofort ins Schlochboot. Oh je, die wurden aber recht schnell entdeckt. Na los, 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 los. No, und die kriegen wir dir noch eingeholt. Schau da da. Ich glaub, das sind sie. Die machen am Ufer Rast. Alles klar. Dann nichts weh hin. Und hast du schon eine Idee, wo wir die Viecher verkaufen? Tja, so genau hab ich doch noch nicht drüber nachgedacht. Aber mal gucken, wer am höchsten bietet, oder? Hä? Hast du das auch gehört? Ja, das klingt fast wie ein Schlauchboot. Da haben wir euch hier, Halunken. Und übrigens, Feuer legen ist hier verboten. Was? Die Ranger? So ein Mist. Was macht ihr denn hier? Sollt doch ganz woanders sein. Woher wollt ihr das denn wissen? Ach, Nanu, schau mal, Chefin. Das ist doch unsere Kiste, die uns letztend geklaut wurde. Ach ja, dann wollen wir doch gleich mal gucken, was da noch alles drin ist. Los nicht! Aha, eine Silbergans und ein Waschbär. Das sind die bedrohten Arten. Ich kann mir schon vorstellen, woher ihr das wisst. Okay, Freunde, jetzt geht's ab zur Polizei. Verdammt nochmal, Mike, du solltest uns doch Bescheid geben, wenn die kommen. Äh, was? Ich, ich, ich hab nix damit zu tun. Ach, hab ich's mir doch gedacht. Komm, Freundchen, ich bin mir gleich mit an. Aha, da hatten wir wohl einen Spion in unseren Reihen. Doch so leicht lassen wir uns nicht lumpen. Und weiter geht's, Leute. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild. Und vergesst nicht, unser Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und, und, und. Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr.